Wie ist die Bilanz? Schön, schön, schön. Also, GoV und Bilanz habe ich geprüft. Das sieht ja schon ganz ordentlich aus. Zahlenwerk, auch fantastisch. Aber denken Sie daran, Luft nach oben ist immer. Aber wenn Sie weiterhin Ihre Entscheidung so gut abstimmen, dann sehe ich da überhaupt keine Probleme. Sie packen das schon. Ich wünsche Ihnen was.